Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir haben die zwei Autos noch geholt und jetzt geht's heute in den hoffentlich kompletten Überfall. Ich kann's doch nicht versprechen. Ich will heute keine Folge machen, die 50 Minuten geht oder so. Ja, was willst du? Komm her! Gruß Aufmuck und dann will ich nach einem Schlag K.O. gehen. Ja, da war auch gesessen. So, äh, genau, wir gehen rein. Äh, bittem, machen wir uns jetzt aufrichter und raub über Fall. Oha, das war knapp. Ja, mal gucken, was uns jetzt heute erwartet. Wie gesagt, wir haben im letzten Part die zwei Autos noch geholt. Heute geht's weiter, heute geht's dann los in den Raubüberfall selber. Ja, wer hat's ja gesagt gehabt, dass ich nur die zwei Autos hole, dass wir heute nicht so viel machen können. Also meine Meinung, meine Meinung, meine... Halt die Fresse! Das war ein Falsche. Tututu! Scheiße! Ja, so ähnlich wie in... Mafia, die werfen sich einfach vor die Autos. Oh, ich muss hier runter. Okay, so habe ich gesagt, die kommt's. Ah, ich wollte den Taxifahrer schießen, aber nicht in den Passant. Das war natürlich jetzt ein Scheiß versehen. So, ich hoffe, dass wir jetzt da sind. Das war... So, okay. Die kommt's und weg und wir sind dabei. Das große Regen. Ah, unser Netzwerk-Hacker. Hey, don't be fooled by the CRT and the fax machine. The hardware here is state-of-the-art. Cute! Hey, where's the rest of the crew? Outside. Hey, good luck, homies. I'll see y'all at Mission Row, all right? Oh, we'll see you there with approximately eight tons of gold. Four tons, not eight. All right, people, let's go. Get in the car, baby. We are about to make history. Let's go. All right, people, the trucks are on route. Let's get to the tunnel and wait. Ich muss wieder fahren. Na super. Welch eine Überraschung. Wer gibt die Schwachung morgens zum Tunneleingang? This is the best you could do? What are you talking about? These fucking guys? They're cool. Look, we pulled that thing with them. It went fine. It went down okay, didn't it? You don't want me on board? I can walk. You setting these guys up for a fall? Huh? Is that what this is about? If they're the diversion, maybe it makes sense. This whole treachery thing is new to me. Hey, don't listen to this asshole. It's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. And fuck me if we don't need any doubts in the back of our heads. So, dann schauen wir uns jetzt hier hin und müssen. Alright, Trucks aren't here yet. Let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. Hey, here we go. This is it. Alright, alright. I see the Vans. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Deploy the Stinger. Now, keep driving. They should go over it. Yeah. Out! Out! Get out of the vehicle. Get out of the vehicle. Let's go. Oh, shit. Move your ass. You do not want to die for this shit. Shit. Oh, shit. Your move, buddy. No, no, no. Get a fucking move on. Come on. Move. So, die Karne waren. Wir kommen die Karne. Hey! You getting this ready? Let's go! Let's go! Yeah, we got a one minute window before the GPS starts reading. Wir können die, wir können den Reifen. Who you like? This one? Oh, shit. Hey, please. Whatever you like. Yeah, no shit. We need you. No, no. What's your name? Casey. Casey. Get in the fucking truck. Let's go! Go, 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 get in. Let's go. Come on. Go, 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 go. Go, go. Go, go. Ich bin jetzt schön entspannt. Ja. Ich bin jetzt. Ich habe dich vor wie eine halbe Minute erwartet. Haha. Hier geht's! Es gibt mich jedes Mal. Ognion 86 in der Gildbank. Eggplant 22 in Sight. So. 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 Sie sind hier. Nicht etwas dumm. Let's go, pal. Ja. Authorization. Good. 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 Access is good. Courtesy Escort is go. Take us to it. Follow me. So. Jetzt machen wir das ganz große Ding. Folge dem Manager. This ain't a museum tour. Come on! How's things? Uh, good. Uh, um. Uh, fine. How about the freeway is an absolute B star star CH today? Mhm. Tell me what it isn't. And you gentlemen have to sit in those trucks, bored out of your mind, staring at more money than you know what to do with. Hm. Hm. Wenn er wüsste. Let's go. So. Wirst nicht auffallen jetzt irgendwie. Und zwar fast. Fast 10.000 Schuss. Hey. So. You know what to do? Uh-huh. Come on. Uh-huh. Oh. Come on. Uh-huh. Hey. ein guter Job zu machen. Absolut. Oh, scheiße. Hier ist viel gold. Wir sind nur für die Chinesen. Nun, wenn wir es nicht in den USA bleiben wollen, sicherlich, was du kannst. Ich wüsste, wie recht er damit hat, dass wir den Laden gerade mal kurz ausräumen. Ein Millionen Dollar oder so. Gib mir ein... Ja, das klingt richtig. Der Team hat die Cargo. So. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ZONE This much metal ain't normal, is it? Quite irregular Order came down this morning, but the computer cleared it Well, let's hope no one untoward gets word That's what you and the rest of the security gets paid for it, isn't it? Which is Cargo's in the load bay Get her on board Alright, come on, let's not take up any more of this gentleman's time than we have to That's it Let's go Hey, I'm not feeling so well Hey, come on Casey, suck it up. You can't handle the hangover case. Do not overindulge. That's right. This man right here will teach you a little something about my reaction. Folge Trevor. Don't worry, Case. We move this metal admission row and you're all done. Control. Pickup was good. How's it looking up there? Not good, man. Merriweather know we took the UD. They out there looking for you. Shit. Okay. What can you do? We tapped into the traffic light system. I'll try to keep them away from you. Fixer, oh God. That's right. I hope you got a solution for this problem. Yeah, dog. We own it. Okay, okay, okay. The link's active. Now you can control the traffic lights. Let's go. Good luck. Hey, we got it. Man, this shit ain't easy enough. Yeah, okay, we're in. I'm kind of figuring this shit out, peeps, and I got you an okay link up. There's lag, but there's not like major lag. Okay, go on across the junction. Hey, Merc's coming from the east, man. Okay, I gotta go east here. This one's clear. Minor lag and execute. Hey, man, take a left. Oh, shit, more Merc's coming from the northwest. Three, two, one, done. Now, this is a right, okay? The light is green. Let me in so I can fuck you. Cool, head over this one. This one looks good. Come on, baby. Oh, yeah. Yeah, make a right right there. Hey, we flagged some bad dudes on the west. Another red. It's gonna happen. It happened. One sec. Oh, yeah. Hit the indicator. You're going right. Shit, more ain't coming from the south. We got a green light. She wants it and she got it. Hey, the north side, man. Merry weather on top of you. Hold on. There we go. We're a red light. So, dann machen wir die rot. Und dann machen wir sie, müssen wir sie haben. Yeah, you nearly out of this shit. Minor lag and execute. So, wir haben es geschafft. Und das zeigt auf Anip. Und dann machen wir uns. lone einen mit. Oh, nicht vergessen! Die Leut werden nicht verletzt werden! Nein, nein, bitte, bitte, bitte! Die größte Zahl unserer Leben ist, wir haben keine Chance. Entschuldigung, Palliwell. Nein, 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 bitte, bitte! Komm her! Hey, komm her! Du erzähl ihm etwas, das nicht in den Medien. Das Ganze ist deine Idee. Ja, ja, ich verstehe. Nicht ein Wort. Genau. Ja, ja, ich habe immer geflogen. Ich habe immer noch etwas gesehen. Geh! Du gehst so leicht wie das Blaster Boy in deinem Lied. Das Gehreit wird nicht genug kommen. Ja, ja! Ja, Mann! Machst du erst? Bicke später, okay? Oh, nein! Oh, nein! Machst du! Machst du! Wir werden mit das. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh nein! We puckers through, we get clear, come on! Let's get these in the trunk! Oh, nein, ich glaube diesen, mit dir heim! Some something common! Oh, nein! Oh, nein! Hey, they got backup! How many dudes they got in this parking lot? Where are you going? On the- Oh, nein! Oh. Oh, nein! Oh- Oh, nein! I'ma stay on the front, man! You guys take the flight. den hat es auf jeden fall richtig muss ich ihn noch nehmen ruhe da kommen wir Der ist tot. Ja. Pricks. Put something between you and the end. How many dudes they got in this private army? Close them down. Fall back. Just fucked off already. How's this? We're shooting our way out of here. We punch through. We get clipped. Come on. Come on, you assholes. Cover me. Hey, man. These guys are out of the fucking way. Come on. Fucking merry weather. This is someone's home, you animals. Take them down. It ain't gonna get the whip. We deal with the marks. We get out. Later. Sweet Jesus. Fuck off already. Time to please. I don't feel sorry for you. I think that's it. That's the last of them. What a mission, Leute. What a mission, Leute. Everyone else in your cars. We leave while we can. Hey, what's stopping me from riding off into the sunset, huh? With my saddlebags of bulging. Lester's the only guy who can flip metal without making a noise, dipshit. You want to try? Be my guest. Hey. Lead the way. On me, people. Come on, come on. What's up? Don't let him push you off the road. I'm going through here. Boy, they couldn't manage that. Go right up here. Hey, move. Let's do it. 201,3 Millionen on me. We're about to pull left. They're just cops. Keep our cool. Oh, my God. Come on, Lloyd. Get him through the construction yard. Left, up here. Left, up here. This is a hard right. Let's go. We're all good back there. I'm not a rock foot center. Come on. Staying close. Give him a... Oh, shit. I can't see Franklin back there. I can't see you. Ich bin schon wieder da. Frank's in my rear view. PD chopper in the air. Don't let it spook you. Hold it together. You're only sitting on a ton of gold. Coming up on the tunnel. This better work. Truck's up ahead. First two take the left one. Other two drive on to the right truck. I don't see the vehicles. Okay. Seal the tunnel and get a ground team in there. Stats. Funktioniert. Er nimmt mich so ein bisschen noch näher an. Eine Mission war Need for Speed Payback. Da hat man nämlich auch so eine Mission. Wo wir den Park in den LKW laden mussten. Diesmal hat's wieder geklappt. So, der gibt dich zu. Michaels Haus. Äh, Moment. Hang on. We're just leaving the gold. Yep, er. Hundreds of millions of dollars worth of gold. Hey, T. Have a little faith. What? Faith? In you, buddy? All right. In Lester. In the process. Come on. We've been through it a million times. Any fool can take a score. It's getting away clean that makes the difference between those who walk free and those who do not. Whew. Man, I wouldn't know what to do with that shit. I'm guessing you wouldn't either, man. I, I'm sorry. I, I just have some trusting issues right now, Franklin. If we get away with this, if, and it's a big if, man, then I can finally really retire. Watch it, Frank. Michael likes to retire with a very interesting exit strategy. Come on, man. I mean, we just took the biggest score in the history of scores. And you bitches just want to moan. My mama never loved me. My friends never loved me. I'm mad because I'm rich. I'm sad because I'm successful. Man, this shit is pathetic. Both of you. Oh, I am so sorry. Hey, we did it, assholes. We did it. Ach, we have it achieved. And zwar, sehr souverän. Das muss man einfach lassen. Ja, das was wir uns einfach mal auf uns wirken da in dem Moment, in diesem Waage. 2 Kilometer noch bis Santos. Das war natürlich nicht der Plan an der Sache gerade. Das muss erstmal die Kopfschmerzen wieder los werden. Gut, dass wir noch einen Stern haben. Äh, so viel sind wir mal dazu. Scheiße. Alter, hör auf, ihr Scheiße. Scheiße. Verономen. Und? V Ellos. Ja. So, jetzt müssen wir die Kopfhörer loslegen. Ja, wunderbar. Ups. Gut, dann lassen wir es jetzt mal sein. Um den Weg zu rammen oder weg zu hauen oder was auch immer. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So. Ah, fah. So. 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 Ja, 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 ja. Schlüsse, Schnauze, und Lester. Schnauze, Schnauze, dass es ein paar Tage wird, bevor Judas hier zeigt seine richtige Farbe. Wirklich? Jetzt? Ja, jetzt, Schnauze. Warum nicht du einen Moment, während du das große, schwarze Pile von Geld bist, um zu schlauern und zu wissen, was ist getan ist getan. Alles, was du sagst. Das ist eine gute Zeit. Das ist für dich! Hey, 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 hey! Hey, Gott! Für ein paar von Mid-West-Stick-Up-Artisten, ihr seid ein paar... ...weinig, West-Coast... ...deusebags! Was ist mit der West-Coast? Oh, nichts. Ich liebe es hier. Jeder ist so... ...nummed von der Sonne, dass wenn du eine drei-syllable-Worte benutzen bist, sie denken, dass du ein Professor bist. Mann, mach dich! Ja, mach dich, ihr High- und-Mighty-Weasel! Und du... ...nach sie nicht mit diesen fucking Idioten! Hey! Leave Lester allein! Oh! Oh, du und Lester zusammen? Oh, das macht fucking Sinn! Oh, für fuck's sake, man! You all a asshole! Man, I gotta go calm down, homie! This shit was real illuminating! Franklin! Sorry! Come on back! Have a beer or something! Hm. Auf Überfall ausgeführt, das große Ding! Ja, 201 Millionen haben wir gut, Casey's Anteil haben wir 300.000, aber hier bezahlen aber der Rest. Michael, Franklin, Trevor, Lester, allesamt mit 24,1 Millionen. 100 Millionen geht an die Crew. Ich hoffe, ich habe es aber 20 geholt. Sehr schön. Signalgeber 18. Def Genauerkeit 72%, sind wir bei 84% und Silber. Sehr schön! So. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA. Und wir sind langsam Richtung Ende unterwegs. Bis dahin. Tschüss!